Oh, das war doof. Bist du gerade gestorben? Ja, ich hab mich gerade in den Boot ge... wie hieß das nochmal? Drop slammed. Drop slammed. Ja, während des Sprungs hab ich... Ducken gedrückt. Oh, das ist ja ein ganz schöner Weg. Das ist ein ganz schöner Weg, ja. Dumbtags. Aber das ist machbar. Ja, aber, aber, dass wir jetzt wieder zurücklaufen müssen, ist so lästig. Da hätt' man wohl nicht so leichtfertig springen sollen, wa? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. A du u guet sie utilis. Moment, das ist ja gar nicht... das ist ja gar nicht Mortal Kombat. Äh, okay. Nee, das ist auch nicht Street Fighter. ich glaube ich hab da gerade ein bisschen was weiß nicht nein da springe ich nicht lang kommst du zurück soll ich zu dir kommen wir haben doch noch nicht jemanden zu verprügeln haben wir ja ich sehe da gar nichts ich komme jetzt zuerst du ja die sind wahrscheinlich schon wieder weg oder noch aus der sichtweite oder so hast du da den zu verprügeln? ach so ich bin level 4 vierchen uiihihi 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 der Impulator ist ja auch scheiße der nervt ja komm nicht hoch geht nur an der Seite hab ich mir gedacht aber ich wutsch hier nur ab Auaaa Auaaa ooooh hat er dich nicht lieb? ne überhaupt gar nicht es ist doch echt nicht wahr denk mich doch ich hab hier etwas wieder man sieht doch alleine klein das sagt sich so leid dieser bescheuerte der hält aber auch was aus dann tut doch mal F ich hätte dann bleiben die beiden Teilen helferlein die helfen mir gerne das ist ja auch witzig das ist ja auch witzig als wenn ich das damit ich das vorher gewusst hätte jetzt weißt es was tut es denn? das eine regeneriert dein Schild und das andere schießt? naja also nein ich kann wenn ich das richtig gesehen habe mit meinem Fadenkreuz einen Schuss abgeben und das als Ziel setzen wo? wenn das tatsächlich so ist dann hätten wir vorhin wahrscheinlich weniger ich halte einfach meine Fresse herzlichen Glückwunsch sie haben ihre Actionfähigkeit kennengelernt juhuuu ok das hier sieht so aus als könnte man nicht unbedingt da lang na doch es geht oh es geht sogar sehr gut ich würde jetzt nicht sagen wollen kommst du rüber aber kommst du rüber? oh ne wollen das lang au 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 ich brenne hier so ein bisschen lava lustiges lava hüpfen ich glaube nicht dass das jetzt der beste Weg war nö hab ich das behauptet? ich sterbe dann nochmal ich dachte du landest jetzt irgendwo mal oben aber nein nö ich bin nur abgesoffen und deswegen kriegst du jetzt unten in die lava reingebückt ja? naja ich bin tot ich sterbe gerade das sehe ich ich kann dir von hier oben auch nicht helfen ich muss den ganzen Weg jetzt wieder laufen das weißt du ja ich weiß aber wenn ich da runter gegangen wäre dann wäre ich auch gestorben ja ich mein noch ich weiß nicht verdammte normal nicht ich könnte ja nicht machen la la hier geh mein ganzes geld drauf so kriegst du das achievement nie ooo wobei ich vermute eigentlich dass es mehr ums aufheben geht und nicht darum es gerade zu haben ne da wäre ich mir nicht so sicher ich habe ein Problem und zwar sind da Leute die mit dir spielen wollen aber du möchtest nicht mit ihnen spielen? ne ich glaube ich habe ein echtes Problem äh und zwar äh kein Sauerstoff ha 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 der ist ja irgendwo ne Quelle in der Neuverserbung wo ich verreckt bin und ich bin auch tot nein du bist doch nicht tot jetzt aber nach allen Regeln der Kunst erstickt und abgesoffen also in der Lava oh ja ja hast du gar nicht mir wurde gar nicht angezeigt dass du tot warst Vorsicht! Null Umgebungsatmosphäre also der Weg den ich eingeschlagen habe der war eigentlich gar nicht schlecht endete aber damit dass du auch rüber springen musst und die Brücke ist auf der anderen Seite nur so als Info ne Brücke es gibt ne Brücke in der Kopf zu das sind so zwei Plateaus das reicht mir als Brücke boah ja ich wusste ja schon immer dass du ein bisschen minimalistisch veranlagt bist Bums so jetzt hüpfen wir noch auf das nächste Plateau und dann fangen wir wieder an die Leute zu schnippern hhhh hhhh Bums danke dass sie geschossen haben jetzt weiß ich wo sie sind na das ist doch super die vergnügen im jenseits hihihi wo ging das jetzt einfach nochmal hier weiter? hihihi das ist schön hihihi dann soll ich vielleicht auch mal rüber gehen und gucken dass ich irgendwo Sauerstoff finde ah das sieht gut aus Sauerstoff wird sowieso viel zu sehr übergelättet übergelättet meinst du? Versuch mal ohne Atmen auszukommen mach ich gerade ich habe eine Atmosphäre gefunden ich habe eine Atmosphäre gefunden wo ich ihn dann wieder lebendig mache mhm cool ach sauerstoff mhm 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 mh mhm 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 flirte gegen ein hindernis hinter dem ich hocke das ist voll intelligent ich habe ich habe jetzt voll angst rauszukommen so erfolge das oder jetzt musst du mir mal erklären wie ich zu dir rüber kommen ein blick in den augen mädchen naja das sind so zwei plateaus da musst du so drauf springen so es gibt es ja hier gibt es nicht mehr so viele wie vorhin aber es gibt noch welche noch schießt jemand auf mich ich redete von schuhen platt hochschuhen davon weiß ich nichts was schief hier uhr granate zum beispiel und der tote oh der lebt auch hier vorne ist ein sauerstoff nein eine korrosionsphase ich bin ich bin verzeucht das hier ist sauerstoff wo ich bin ja das bringt mir aber naja doch dahinten ouch 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 Jetzt hab ich ihm ins Gesicht geschossen, das war doch nicht so lustig. Oho, was passiert hier? Ich bin ja ein bisschen unterkühlt. Oh, ich sollte niemals direkt ins Gefeksgebiet laufen. Voll unmut. Nein. Gretisch, 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 tot. Ja, so soll das. Oder nicht. Auf jedensten. Jetzt bräuchte ich mal wieder ein bisschen... ...Waffel zum Moni. Die Moni, davon hab ich genug, danke. Was ist das hier eigentlich? Wow! Ist das Jumpcap? Ist es ein Geysir? Oh, ja, ist ein Geysir. Geysir macht Spaß. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Traktor? Nein! Nein, es ist ein Geysir! Es ist Geysir, Mann! Der Mann, der durch Luft fliegen kann! Äh, was auch immer. Was mach ich jetzt hier oben? Dummes Gesicht? Yay! Dummes Gesicht für alle! Hey! Und du? Oh, okay. Vorne ist wohl so ein Missionsmarker. Ja. Ja, ich wollte sagen, noch größer kann der Missionsmarker ja eigentlich gar nicht sein. Ah, aber, 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 aber. Ich, bevor Missionsmarker, geh ich erstmal Sachen verkaufen, weil mein Inventar ist voll. Ach, nicht nehmen können, so ein Quatsch. Okay. Genau da, wo eigentlich der Job sein sollte, aber da ist keiner. Ja, bei der Waystation. Ach, das ist gar nicht so, wie der drunter ist. Nein! Das ist, wenn die Tür zu ist. Warum ist denn die über die Tür zu ist? Dann können wir gar nichts verkaufen. Das ist ja scheiße. Ja, ich würde sagen, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. Ja, da kam's zu, Junge. Na gut. Dann nicht. Na gut, ne. Dann, äh, mitnichten. Oh, hier ist ein, hier ist ein, ein, mach, mach mich. Ah, hier ist ein mach mich Auto. Na, jetzt komm, hier drüber. Hier ist ein mach mich Auto und hier sind zwei Geschäfte. Oh, Geschäfte! Mach mich Auto, was ist das? Etwas, das dich ein Auto macht? Oh, Autos! Geil! Ah, welcome! Ach, einkaufen! Wir kommen in einen bescheidenen Laden! Was brauche ich denn nicht? Hm. Ich hab grad einiges gefunden, was ich nicht brauche. Zehn mal sechs Schaden? Ist ja auch eigentlich gar nicht so. Weg. Trotzdem brauch ich dich dann, mehr Waffen. Weg. Nina, mach dass du lebst weiter. Halt! Das gehört. Nina, nila, Hel. Drei Worte, mein Freund! Kein Geld zurück. Genau, nur drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Revolvia. Ach, genau. Monny kaufen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus! Nein. Blond nicht. so kann ich eigentlich auch schilder verkaufen doch doch um diese drei tipps verkaufen nicht verkaufen verkaufen ja 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 mach mach so müsste ich wohl verkauft mua ha ja schön als ob ich drauf gewartet hätte doch auf jeden fall auf jeden fall dann was brauche ich denn oh hier gibt es bessere ostkits nein die sind alle schlechter tja brauche ich muni na eigentlich sieht das alles ganz gut aus ich habe keine raketen mehr aber ich habe auch nie welche gehabt die schließen alle so ja ja eine media injektion ist auch Prozent api 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 oh ja das hat er sich halt du kannst auch hier im Shop noch Api kaufen möchten ja aber wo sich das nein sofort aber bling der lebensmöglichkeit haben bedeutet weniger sterben ah das ist noch stimmt das ist nicht Ich steck das lange, harte Ding mal hier rein, hier in den Schlitz. Ich steck mal das lange, harte Ding in das Loch.